hallo und herzlich willkommen zurück hier zu anno 14 04 uns steht eine spannende folge ins haus denn der rat der zehn dank ich werde jetzt gast den krieg erklären es reicht mir jetzt gar nichts schlimmes gemacht aber es ist noch egal ich dachte ich traue ich werde ihn jetzt abknüpfen jedes schiff wird hier abgebild muss man ich hatte doch zwei ich hatte doch zwei hier wenn es weiter nichts ist womit ich bin jetzt wahrscheinlich dann noch ein paar kriegst erbauen denke ich mal das hat ein problem das werden direkt unterbinden was er hat sehen müssen ist der besatzung dieses schiffes kann man blind verlaß der jetzt nicht irgendwelche handelsketten oder unten von mir da irgendwie zerstört einer ihrer betriebe stellt keine wagen mehr das ist ein transportboot alter das darf nicht auf meine insel damit problem dann sie haben den feind niedergerungen das darf nicht passieren das ist nur im auge behalten und transport wurde auf unserer insel ist nicht cool wo hatten wir hier hat der ne schreist die machen wir gleich mal kaputt ja hier liegen doch irgendwelche treibungs sachen und damit ist jetzt hier auch ihr habt ein gutes geschäft gemacht jetzt gucken wir mal gerade ich wollte mir hier in einer insel kaufen und das kostet ein bisschen was aber das ist mir egal nun wir haben sie wir haben eine weitere insel und das ist sehr sehr gut diesmal werden deine winkelzüge nicht ausreichen um mich zu schlagen halt mal so was haben wir denn hier für eine scheiß produktion das kostet ja alles geld ich muss tun was für mein volk am besten ist sie haben eine gegnerische einheit besiegt der schwarze tod breitet sich aus wo in klingenbach wo bitte ich helfe euch gerne aus bei dem ist mir doch egal so gut hier das kann auch noch weg erstmal ich will nichts dergleichen haben so 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 das ist jetzt hier erstmal alles weg Was mich hier irgendwie Geld kostet. Ja, ich denke, so können wir das erstmal lassen. Dann brauchen wir jetzt hier Fruchtbarkeiten. Dafür brauchen wir unser Hauptschiff. Und holen mal die Fruchtbarkeit Mandel sowie Zucker. Machen wir beides jetzt erstmal hier drauf. Das können wir nachher noch umstreuen. Aber jetzt erstmal ist es glaube ich dann so so. So, jetzt muss man das hier in meinem Auge behalten, was der hier so macht. Hier mal die Fischer verstören. Die Details bleiben besser. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jetzt angreifen. Joa. Ja, der, was hat der hier? Zwei Türme. Sollen wir einfach mal ermöbeln. ein geprügelter Hund zeigt irgendwann die Zähne. Ihr Schiff wird zielgegnerischen Volk. Ihre Truppen waren sie. Welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Schön, die Pest hat er auch noch auf der Insel. Ach, bei dem kommt gerade alles zusammen. Guy for Gas. Irgendwie, ja, mehr hast du halt einfach gewonnen. Null. Da kommt irgendwie wieder so eine komische Armee, die sich hier ins Wasser begeben will, höchstwahrscheinlich. Kannst du direkt knicken. Armee zerstören. Bam. Easy. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. So war es auch erstmal weg. Wird er wahrscheinlich hier irgendwo wieder neu bauen. Ein Rohstoffvorkommen ist. Lasst bitte um. In die Bärenhöhle. 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 In die Bärenhöhle. Hier. Zack. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ist er dran? Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Ganz ehrlich, wenn ich ein paar Schiffe verliere, ist mir so egal. Kommt mir nur zugute. Will ja eh ein paar verkaufen. Irgendwie greifen die den nicht an. Oder kommen wegen der Mauer da nicht ran. Oder was? Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Das Stadttor, das muss ich nur angreifen. Das greift mir nicht an. Eine Produktion kommt zum Erlieben. So. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Aber hallo. Alter. Das ist ein Schiff. Okay. Verlassen wir mal gerade den Schlachtplatz. Wir brauchen, wie gesagt... Ah, jetzt wird erstmal gespeichert. Ah, jetzt wird erstmal gespeichert. Und wir brauchen jetzt einfach Fruchtbarkeiten. Spielgesicherheit, die an den Kostbarkeiten des Orients interessieren. Wenig. Kann ich mal bitte handeln mit dir? Möge der Handel... Äh, nämlich... Zuckerwohr. Und mich aber aufmandeln. Ich habe außergewöhnlich... Da. Perfekt. Okay. Ich will hier gerne... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Wo ist die Hafenmeisterrei? Kann ich hierbei auf euch zählen? Nee, komm. Jetzt wird es überhaupt nichts. Könnt ihr eure Bemühungen nicht noch verstärken? Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Ist mir doch egal. Äh. So, geil. Wie sieht es aus? Schlecht, oder? Nicht gut. Schon einen neuen Kontrollen irgendwo? Oh, sicher. Hier. Oh, da, 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 da. Oh, oh, oh. Da will eine... Eine... Oh, shit. Komm, ich kriege die noch abgefangen. Je nachdem, wo die hin will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Glück habe ich das jetzt gesehen. Der will irgendwo an Land. Mit dem Ding. Das wird aber nichts. Das wird aber nichts. Mein alter Freund. Das kannst du direkt mal knicken. Sie haben den Feind niedergerungen. So. Eine Produktion kommt zum Ende. Der ganzes Dorf wird auch noch mit von der Pest hingerapft. Der hatte keine... Offensichtlich hat er keine Ärzte oder so. So. Wer die Macht hat, hat auch Feinde. Denk daran... Was? Hier kann nur eine Sache... Ach, nö. So eine Scheiße, ey. Ich brauche wieder Inseln. Ach, gut. Dann müssen wir die jetzt auch noch kaufen. Die könnte aber teurer werden, ne? Sei willkommen. Ja, die wird arschteuer. Ach, Gott, ey. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt erstmal die Mandeln auf meiner Hauptinsel. Das lagern wir dann später wieder aus. Aber ich brauche Geld. Funktioniert so nicht. Das heißt, das hier wird jetzt die Zuckerinsel. Zuckerrohr, Zucker. Äh, und Mandeln mache ich hier. Das heißt, ich werde jetzt hier die Mandel... Fruchtbarkeit... ...hin machen. Und hier kommt noch eine Hafenmeisterei, damit das hier ein kurzer Schiffsweg ist. Sag mal, habt ihr bald mal die Mauer da kaputt, oder was? Und hier kommt noch eine Hafenmeisterei, damit das hier ein kurzer Schiffsweg ist. Und hier kommt noch eine Hafenmeisterei. Oh, shit. Der Feind greift eines ihrer Schiffsweg an. Wo ist die? Wo war die? Was für eine Ratte, er hat es doch geschafft. Ihr Speicher ist aufgebaut. Ein Mitspieler hat einen Kontrahenten einen Ratssitz abgejagt. Naja. Ihr werdet wieder von mir hören. Warte, da war gerade irgendeine Mine leer. Ich weiß aber nicht, welche. Ihr Speicher ist aufgebraucht. Irgendeine Mine ist leer. Ach, Mann. Soll ich eine Trutzburg errichten werde? Ich weiß es nicht. An der Produktionsinsel auch noch. Die schießt jetzt hier langsam das Fischergebäude nieder. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber nervig trotzdem. Mit diesem Schiff. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr aus, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Du wirst es verschmerzen. Wir haben den Feind niedergerufen. Das ist gut. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. So, momentan sieht es schlecht aus zu bleiben. Nein. Ich sehe zumindest, wenn ich hier mal ganz nah rangehe, nicht wirklich Schiffe von ihm. Hier ist noch eins. Ich hätte auf meine Informanten hören sollen, als sie mich vor euch warnten. Ich kann sie einfach aufgeben. Ganz einfach. So, Zucker steht hier als nächstes an. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir natürlich wieder eine Noria. Eine große Noria und Zuckerplantagen, die dann auch Mosaike brauchen. Kuchen, Holz, Werkzeuge, äh, wir könnten hier schon mal Lager bauen. Ähm, großes Lagerhau. Eine Trutzburg des Feindes wurde an ihrer Küche erlegt. Ist das dein Ernst? Das bekommen wir her. Ah, Gott. Was soll die Scheiße? Na, auf damit. Klingt doch nix. Was? Kommen die anher? Wollten der hier sein... Der braucht doch dafür so ne Burg, oder was? Wo er die Dinger ausbildet. Ich sehe das nicht, wo das hat. Oder wo kommen die her? Hat der hier noch irgendwo... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ah, nee, ich hatte aber auch nicht so ein Lager, oder wie das heißt. Oh, mein Gott.